Jetzt geht es wieder weiter mit Ocarina of Time. Ich denke wahrscheinlich das letzte Part und der letzte Boss. Und wir gehen rein. Was denke ich? Ich denke, dass wir wieder dieses Ping-Pong-Scheiß machen. Wie beim Phantom? Ganon-Phantom? Habe ich abgeschmarrt? Ich glaube schon. Ja. Äh? Okay. Und wie sieht es aus wie, ähm, Super Mario 64, wo wir nach Bosa gegangen sind? Und die letzte Tür. Haben wir alles voll? Ja. No, Seda. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Fragmente des Trifors, ich spüre ihre Macht, scheint sich wieder zu vereinen Die fehlen nun zwei Fragmente, ich warte seit sieben Jahren darauf Ich bin wirklich überrascht, ich hätte nicht erwartet, dass gerade ihr zwei sie tragen würdet Endlich, endlich, die drei Fragmente sind wieder vereint Diese Symbole der Macht sind nichts für euch zwei Ihr seid dafür nicht geschaffen Ich alleine, der rechtmäßige Träger des Trifors, übergebe mir die Fragmente Ich befehle es Hey, Elga, ich kann dir nicht helfen Die Aura des Bösen ist zu mächtig Tut mir leid, Elga Ich bin echt neig, wenn ich da nicht Hüsen warte Das ist gut Oh, das ist doch so, wenn Sie sich da nicht Ich bin echt, wenn Sie hier tauben machen, wenn Sie sich nicht wöchsen, die Fragmente Wola 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 Das war's. Okay. Hm. Das war's für mich. Oh, der ist halt. Das ist ein Kaff. Ah, Mann! Ah, los! So, jetzt haben wir drei. Am meisten ist es immer vier. Oh, Mann! 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 Okay, ich weiß, wie es geht. Nein, Alter, links! Nichts, Alter, links! Oh! Nein! Oh, nein! Oh, das war's noch! Oh, das war's noch nicht. Oh, das war's noch nicht. Nein! Schrauben! Oh, don't aim. 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 Andere Schuhe. Ich weiß nicht, ob wir jetzt... Was? Los! Eine! Warte nie auf mich! Warte nie auf mich! Ja, wenigstens haben wir vor Live. Diese müssen wir die immer anlabern. Und da geht's nur noch. Also wir haben theoretisch noch... Wir haben jetzt viel Zeit. Och, Nena! Ab dein Becker! Lied! Lass uns fliehen! Wir sind hier. Das ist, glaube ich, gut in der Zeit. Das ist, glaube ich. Also hoffe ich. Zumindest. Und da los! Und da los! Nein! Los, rennen! Wollen wir dran rennen! Willst du noch manchmal glecken? Nee! Das war wieder so trocken! Das war wieder so trocken! Wir sind sicher! Nein! Ich bin nur noch nie! Ich bin nur noch nicht... Vein immer. Ich bin. Ich bin auch noch nie. Ich bin nur noch nie. Lass uns nicht, auf der Flanke... Wollen wir schön, oder? Wir sehen irgendwie aus wie eine Plattform. Es ist vorüber. Alles. Warum muss ich das nicht sagen? Sieht schön aus. Becca, es tut mir leid, dass ich dir im Kampf nicht helfen konnte. Wo ist es hier? So, ups. Wir sind in eine Arena gelaufen. Und er lebt immer noch. Genau. Ja, das war unser Schwert. Diesmal hatte keiner Kraft mehr über mich. Wir gewinnen sie gemeinsam. Äh, wir haben ja noch das eine. Ich weiß nicht, was ich mir jetzt sagen muss. Wir sehen uns noch nicht. Ich weiß nicht, was ich mich nicht verabschieden? Wir sehen uns nach dem Karten. Oh mein Gott! Blenden? Das war's für mich. Das war's für mich. Wir haben es gesiegt. Olga, das Master Shirt! Es ist hier! Schnell! Geil! 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 Hm. Das war's für mich. Und da geht es halt. Ich versuche Gandalf mit meiner Kraft zu fändigen Banden, nehmen das Schwert und versetzen in den Todesstoß. Oh, jetzt ist es soweit, okay. Oh, jetzt ist es soweit. Das war Zelda Schimmel. Ihr Schaffer Juhalz, öffne das versiedelte Portal und schicke diese Kreatur des Bösen in Abgrund der Hölle. Die Kreatur des Bösen in Abgrund der Hölle. Die Kreatur des Bösen in Abgrund der Hölle. Die Kreatur des Bösen in Abgrund der Hölle. Ich verfluche dich, Zelda. Ich verfluche euch, ihr Waisen. Ich verfluche dich, Bösen. Um eines Tages werde ich das Siegel brechen. Dann werde ich eure Nachfahren auslöschen. Hahahaha. Solange das Verminderkraft in meiner Hand ist. Danke, Becca. Danke, deine Hilfe, ist es gelungen, den Großmeister des Bösens in das Reich der Hölle zu verbannen. Nun wird wieder Frieden herrschen in unserer Welt, hoffentlich für alle Zeit. Ich bin schuld an all dem Unheil über das Überheil haben. Ich war zu jung, ich konnte noch nicht wissen, welche Vermächtnisse sich mir auftun würden. Ich habe dich in all das hineingezogen. Nun ist es an der Zeit, meinen Fehler wieder gut zu machen. Leg nun das Mästerschwert aus deiner Hand und schließ so das Zeitportal. Die Verbindung zwischen den Zeiten sei für immer gelöst. Becker, gib mir die Ocarina. Als einer der Weisen habe ich die Gabe, dich in deiner Zeit zurückzubringen zu können. Und sie will auch ein bisschen unser letztes Hemms. Nun herrscht wieder Frieden in Hyrule. Und nun ist es für uns an der Zeit, Abschied zu nehmen. Geh nun, Becker. Hol dir verlorene sieben Jahre nach. Geh nach Hause, dorthin, wo dein Platz ist, als der, als der du aufgewuchs. Danke, Becker. Lebe wohl. Und das ist das Ende von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Auf der Nintendo 64, alles original, originale Grafik, originale Konsole. Ich habe nichts verändert. Und ja, also ganz, ganz ehrlich, es ist wirklich ein cooles Game. Und wenn man bedenkt, wenn man wirklich bedenkt, dass auf der Cartridge nur 52 Megabyte auf ist, haben wir über 20 Stunden spiel Spaß. Manchmal habe ich mich dumm angestellt, das weiß ich. Manchmal habe ich mich schlau angestellt. Manchmal war mehr dazu voll als das. Aber es ist wirklich ein geniales, großes Spiel. Also, ich finde, ich finde, dass der Teil übelst geil. Und es hat auch übelst Spaß gemacht, das Spiel mal endlich zum ersten Mal durchzuspielen. Ja, weil, wie gesagt, ich habe das Spiel, glaube ich, nur bis, wo man groß geworden ist, durchgespielt. Also durchgespielt, aber nicht durchgespielt. Und somit habe ich wieder ein Spiel aus meiner Liste gespielt. Was ich bereut habe, das nicht durchzuspielen, aber jetzt habe ich das durchgespielt. Oh, der kleine Dekobon. Ja, aber welche Erinnerung habt ihr denn an das Spiel? Das könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, weil mich interessiert, das ist wirklich extrem, was für Sachen ihr habt. Aber die andere Frage ist, wir haben ja das heißt durchgespielt. Kann man speichern? Kann man dann weiterspielen, oder muss man, wird das einfach davor gespeichert? Bevor Gandalf. Deswegen, das wüsste ich jetzt nicht. Geil. Jetzt mal fahren wir weiter. Das ist aber Farben. Aber London Farben. Und die sind immer noch, oh, die sind aber Mehl-Handwerker geworden. Wo ist es denn, wenn man denn noch? öppert als Äther und die sind immer noch, die sind immer noch, die sind immer noch, oh, die sind immer noch hinterlassen. Oder war du noch? Thank các ries Minute ansch�. Im Inneren Jäb Also ich dachte wir sitzen da. Aber jetzt ist die Frage, kommen die Weisen jetzt wieder zurück? Oder bleiben sie eben mal da oben? Ich glaube die Weisen kommen jetzt wieder zurück. K-Gesel. H-h-h. H-h-h. H-h-h-h. Das war ein Montag. So richtig, seid wieder hin, zurück. Navi hat ihre Beschwimmung gemacht, wir geschafft. Und wieder zu seinem Schlossgarten. Und da ist ja jeder Zähler. Jetzt haben wir ja. Niemand lächelt auf der Button. The Legend of Zelda. Ocarina of Time. Und das ist das Ende. Ich würde sagen, ich bedanke mich nicht vergessen. Ich habe auch andere Let's Plays. Support das Kamot. Däumchen hoch kommt da runter lassen. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Oder morgen. Oder um wann anders. Also bis dann. Habt auf Wohl. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Tag geht es weiter. Und wenn ihr es noch nicht gehabt habt. Und noch nicht gemacht habt. Dann versucht mich einfach bei Twitch. Lass mir ein Follower. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live. und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann. Tschau, tschau.